G.M.Factory präsentiert Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen Gelesen von Gregor Schweitzer Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen erschienen im Festa Verlag Bosdorf bei Leipzig aus dem amerikanischen von Malte S. Sempton Das Tor zum Saturn Kapitel 1 Als Morgi, der hohe Priester der Göttin Yon D. mit Verstärkung durch zwölf seiner blutgierigsten und willfährigsten Handlanger im Morgengrauen eintraf, um den berüchtigten Ketzer Eben in seinem Wohnturm, der auf einer Landspitze oberhalb des nördlichen Festlands aus schwarzem Gneis errichtet worden war, dingfest zu machen, da traf das Greifkommando den Gesuchten zu ihrer aller Überraschung und beträchtlichen Enttäuschung dort nicht an. Ihre Überraschung war umso größer, als sie alles Machbare unternommen hatten, um ihr Opfer zu überrumpeln. Ihre Intrige gegen Eben war unter strengster Geheimhaltung in unterirdischen Gewölben und hinter schalldicht versiegelten Türen ausgeheckt worden. Hinzu kam, dass sie die lange Reise zu Eben's Haus noch in der Stunde seiner Verurteilung angetreten hatten und binnen einer einzigen Nacht ans Ziel gelangt waren. Enttäuscht aber waren sie, weil der furchterregende Haftbefehl mit seinen eingebrannten symbolischen Runen auf eine Rolle ausgegerbter Menschenhaut mithin nutzlos geworden war und weil nun keine Aussicht mehr auf die baldige Erprobung der ausgeklügelten Marterwerkzeuge und Foltertechniken zu bestehen schien, die sie mit solcher Hingabe für Eben ersonnen hatten. Morgi war besonders enttäuscht. Die Verwünschungen, die er zwischen zusammengepressten Zähnen hervorstieß, als auch das höchstgelegene Zimmer des Wohnturms sich als leer erwies, waren wahrhaft kabbalistisch in ihrer Länge und in ihrer Entsetzlichkeit. Eben war sein Erzrivale auf dem Gebiet der Hexenkunst und erwarb sich schon seit langem viel zu viel Ansehen unter den Bewohnern von Mutulan, jener äußersten Halbinsel des hyperboreischen Kontinents. Daher hatte Morgi einigen übelwollenden Gerüchten, die über Eben in Umlauf waren, nur allzu bereitwillig Glauben geschenkt und sie zum Hauptpunkt seiner Anklagen gegen den verhassten Widersacher erwählt. Diese Gerüchte bezichtigten Eben, ein Anhänger des längst schon vom Podest gestoßenen heidnischen Gottes Zothakwa zu sein, dessen Kult unermesslich viel älter war als die Menschheit. Angeblich verdankte er seine Hexenkräfte der verbotenen Verbindung mit dieser finsteren Gottheit, die vor Zeiten von fremden Welten aus einem unbekannten Universum auf die Erde herabgestiegen sei, als der Planet kaum mehr gewesen war als ein Morast aus brodelndem Urschlamm. Zothakwas Macht wurde noch immer gefürchtet, und man munkelte, dass jene, die bereit waren in seinen Diensten ihre Menschlichkeit aufzugeben, die Erben vorweltlicher Geheimnisse würden, und Herren über ein Wissen von so entsetzlicher Natur, dass es nur von fernsten Planeten aus dem Wiegenalter des Weltalls stammen konnte, als Nacht und Chaos herrschten. Ebens Wohnsitz war in Form eines fünfkantigen Turms erbaut und besaß fünf Geschosse, einschließlich jener beiden, die unterhalb der Erde lagen. Selbstverständlich war jedes einzelne davon mit peinlicher Sorgfalt durchsucht worden. Außerdem hatte man die drei Diener Ebens unter Anwendung kochenden Teers, einer langsamen Tropfenfolter unterworfen, um ihnen das Versteck ihres Herrn zu entreißen. Ihr anhaltendes Leugnen, auch nach halbstündiger, peinlicher Befragung, wurde als Beweis gewertet, dass sie tatsächlich nichts über den Verbleib des Gesuchten wussten. Auch war kein Fluchttunnel ans Licht gekommen, als man die Wände und Böden der beiden Kellerräume aufgerissen hatte, trotz aller Gründlichkeit mit der Morgie sogar die Bodenplatten unter dem Sockel eines obszönen Standbildes des Zothaqua hatte aufstemmen lassen, das im untersten Raum thronte. Nur mit äußerstem Widerwillen war er so weit gegangen, denn der plumpe Pelz bedeckte Gott mit seinem fledermausartigen Gesicht und faultierähnlichen Körper erfüllte ihn, den hohe Priester der Elchgöttin Yundee mit tiefster Abscheu. Als die Inquisitoren nach einer zweiten Durchsuchung wieder im obersten Turmzimmer standen, mussten sie zugeben, dass sie mit ihrer Weisheit am Ende waren. Viel hatten sie nicht vorgefunden. Ein paar Einrichtungsstücke und mehrere alte Bücher voller Beschwörungsformeln, wie sie zum Handwerkszeug jedes Hexenmeisters gehörten. Ferner einige mit abscheulichen Bildern bemalte Pergamentrollen aus Flugechsenhaut, sowie eine Anzahl jener primitiven Urnen und Skulpturen und Totempfähle, die Eben mit beträchtlichem Eifer zusammengetragen hatte. Bei den meisten davon handelte es sich um unterschiedlichste Darstellungen Zothaquas. Sogar von den Henkeln der Urnen blinzelte sein Gesicht den Betrachter mit einem Ausdruck bestialischer Schläfrigkeit an. Außerdem bildete gut die Hälfte der Totems ihn ab. Sie waren von unterentwickelten, halbmenschlichen Völkern gefertigt. Die andere Hälfte zeigte das Walross und den Mammut, den Königstiger und das Jag. Morgie hegte nun keinerlei Zweifel mehr, dass die gegen Eben erhobene Anklage bestens begründet war. Denn niemand außer einem Jünger Zothaquas konnte wohlgefallen daran finden, auch nur ein einziges Abbild dieses abscheulichen Wesens sein eigen zu nennen. Doch leider trugen solch zusätzliche Schuldbeweise, mochten sie auch noch so schwerwiegend, ja erdrückend seien wenig zur Auffindung ebens bei. Und während Morgie aus den Fenstern des obersten Zimmers starrte, unter denen die Mauern des Wohnturms Lothrecht abfielen bis zu dem Riff, das an zwei Seiten weitere hundert Meter tief in die tosende Brandung abtauchte, sah der Inquisitor sich gezwungen, die überlegenen magischen Fähigkeiten seines Gegenspielers anzuerkennen. Sonst nämlich hätte das spurlose Verschwinden des Hexers ein unergründliches Geheimnis dargestellt. Und Morgie liebte Geheimnisse nicht, außer sie entstammten seinem eigenen Repertoire. Er trat vom Fenster zurück und ließ den Blick mit äußerster Aufmerksamkeit durch jeden Winkel des Raumes wandern. Offenkundig hatte eben ihn als Arbeitszimmer genutzt, denn er enthielt ein Pult aus Elfenbein, auf dem ein Behälter mit Rohrfedern und eine Anzahl von Tontöpfen mit Tinten in verschiedenen Farben standen. Außerdem lagen Schreibbögen über den Tisch verteilt, die aus einer Art Bastfaser gefertigt waren. Jeder Bogen war bis an den Rand mit astronomischen und astrologischen Berechnungen bedeckt, bei deren Anblick Morgie finster die Stirn in Falten legte, da er sie nicht verstand. An jeder der fünf Wände hing eine der Pergamentmalereien, die allesamt von irgendeinem Urvolk geschaffen schienen. Die Darstellungen waren blasphemisch und abstoßend, und jede zeigte Zothaqua, umgeben von Lebensformen und Landschaften, deren schiere Abnormität und Unförmigkeit wohl auf die ungelenke Technik der primitiven Künstler zurückzuführen waren. Morgie begann nun die Pergamentbögen einen nach dem anderen von den Wänden zu reißen, als argwöhnte er eben, könnte sich auf irgendeine Weise dahinter verbergen. Sämtliche Wände waren jetzt vollkommen kahl, und Morgie, inmitten des respektvollen Schweigens seiner Schergen, ließ lange Zeit sinnend den Blick auf ihnen ruhen. Die Entfernung des Wandschmucks hatte eine eigenartige Platte zutage gefördert, die genau über dem Pult mit den Schreibutensilien ganz oben in die südöstliche Wand eingelassen war. Morgies buschige Augenbrauen zogen sich zu einem langen schwarzen Balken zusammen, während er dieses Paneel betrachtete. Es unterschied sich verdächtig vom Rest des dunklen Mauerwerks. Ein oval geformtes Stück Wandverkleidung, gefertigt aus irgendeinem rötlichen Metall, das weder Kupfer war noch Gold. Ein Metall, dem eine flüchtige Fluoreszenz anhaftete. Ein flüchtiges Flirren fremdartiger Farben, wann immer man die Augen zusammenkniff. Doch aus irgendeinem Grund verschwand dieses Farbspiel mit dem Öffnen der Augen sogar aus der Erinnerung. Morgie, der möglicherweise mehr Fantasie und Schärfsinn besaß, als eben ihm zugetraut hatte, fasste einen Verdacht. Einen Verdacht, der ganz grundlos und abwegig schien, da die Wand, in die man die Platte eingelassen hatte, zugleich die Außenmauer des Turms bildete und daher höchstens im Himmel und auf das Meer hinaus führen konnte. Morgie kletterte auf den Schreibtisch und hieb mit geballter Faust gegen das Oval. Was er dabei fühlte, verblüffte ihn ebenso sehr wie das, was unmittelbar darauf geschah. Als seine Faust auf das unbekannte, rötlich gefärbte Metall traf, schoss ein solch extremer Kälteschauer durch seine Hand und durch seinen Arm und durch seinen ganzen Körper, dass er sich kaum von Brandschmerz unterschied. Zugleich schwang die Platte wie geölt nach außen, als drehte sie sich in unsichtbaren Angeln. Sie gab dabei ein hell klingendes, durchdringendes Geräusch von sich, das aus unfassbarer Höhe zu kommen schien. Dahinter erblickte Morgie weder Himmel noch Meer oder überhaupt etwas, das jemals im Leben geschehen oder wovon er je gehört hatte, nicht einmal in seinen schlimmsten Albträumen. Er wandte sich zu seinen Gefolgsmännern um. In seinem Gesicht stand ein Ausdruck sprachlosen Staunens, gemischt mit Triumph. »Wartet hier auf meine Rückkehr«, befahl er und entschwand mit einem einzigen Satz Kopf über durch die Wandöffnung. Kapitel 2 Die Anklagen, die gegen Eben erhoben worden waren, beruhten auf Tatsachen. Der scharfsichtige Zauberer hatte im Verlauf seiner lebenslangen Studien der natürlichen wie der übernatürlichen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten auch jene Mythen von Mutulan einbezogen, die Zothaqua betrafen. Dabei war er zu der Überzeugung gelangt, dass es womöglich lohnend wäre, sich mit dieser rätselhaften vormenschlichen Wesenheit näher zu befassen. So war er vertraut geworden mit Zothaqua, dessen Abstieg in der Gunst seiner Anbeter ihn von der Erdoberfläche vertrieben und genötigt hatte, fortan ein unterirdisches Dasein zu fristen. Eben hatte die vorgeschriebenen Gebete an Zothaqua gerichtet. Er hatte die ihm geziemenden Opfer dargebracht, und der seltsame, schlaftrunkene kleine Gott hatte ebens Zuwendung und Hingabe an ihn mit der Gewährung bestimmter Auskünfte vergolten, die zur Ausübung der schwarzen Magie mehr als dienlich waren. Darüber hinaus hatte der Gott dem Hexer einige Tatsachen über seine Herkunft anvertraut, die viele der verbreiteten Legenden bestätigten und ergänzten. Aus Gründen, die er nicht näher benannte, war Zothaqua vor Urzeiten vom Planeten Zikranosch, so hieß er Saturn in Mutulan, herab auf die Erde gekommen, und auch Zikranosch war nur eine Zwischenstation gewesen auf seinen Reisen aus noch weiter entfernten Welten und Räumen. Als Zeichen seiner besonderen Gunst nach all den Jahren der Anbetung und der auf dem Altar in Rauch verwandelten Brandopfer, überließ er seinem Adepten eine große, dünne, oval geformte Platte aus einem ultratellurischen Metall und gebot eben, die Platte mit Scharnieren auszustatten und als drehbares Wandpanel in einem der oberen Räume seines Turmes anzubringen. Von dort nach außen unter freiem Himmel aufgestoßen, werde die Platte ihre besondere Gabe offenbaren und den Übertritt gewähren zum Planeten Zikranosch, Millionen und Abermillionen Kilometer von der Erde entfernt, im kosmischen Raum. Der ungenauen und nicht restlos zufriedenstellenden Erklärung zufolge, die der Gott dem Adepten gewährte, war diese Platte aus einer Materie geschaffen, die einem anderen Universum entstammte als dem von Menschen bewohnten. Dies verlieh der Platte ungewöhnliche Strahlungseigenschaften, die ihr den Anschluss an eine höhere Dimension des Raumes ermöglichten, innerhalb derer selbst astronomische Entfernungen zur bloßen Spanne eines Menschenschrittes zusammenschmolzen. Doch gemahnte Tsathogwa, den Hexer nur in äußerster Notlage von dem Paneel Gebrauch zu machen, als letztes Mittel zu einer Flucht aus einer sonst unentrinnbaren Gefahr. Denn schwierig, wenn nicht gar unmöglich, werde die Rückkehr zur irdischen Heimat sein, wenn er erst einmal auf dem Planeten Zikranoschweile, in einer Welt an, die sich zu gewöhnen einem Erdbewohner alles andere als leicht fallen dürfte. Denn die Lebensbedingungen auf jenem Planeten unterschieden sich doch sehr von jenen in Mutulan, auch wenn sie keine völlige Umkehrung aller irdischen Verhältnisse und Normen darstellten, wie sie auf den noch weiter abgelegenen Welten an der Ordnung wären. Einige verwandte Tsathogwas aus seiner Göttersippe waren noch immer auf dem Planeten Zikranosch zu Hause und wurden von dessen Bewohnern verehrt. Und Tsathogwa vertraute eben den beinahe unaussprechlichen Namen des machtvollsten dieser Gottwesen an und erklärte dazu, dieser Name könnte dem Hexer als eine Art Kennwort von Nutzen sein, sollte dieser jemals gezwungen werden, nach Zikranosch auszuweichen. Die Vorstellung eines Tores, das sich in eine ferne Welt auftat, kam eben reichlich fantastisch, um nicht zu sagen äußerst weit hergeholt vor. Allerdings hatte er Tsathogwa als eine zu jeder Zeit und in allen Dingen strikt der Wahrheit verpflichtete Gottheit erlebt. Dennoch stellte er die einzigartigen Fähigkeiten des Paneels lange Zeit nicht auf die Probe. So lange nicht bis Tsathogwa, der ein wachsames Auge auf alles hielt, was unterhalb der Erdoberfläche geschah, ihn vor den Machenschaften Morgis und dem Ketzertribunal warnte, die in den Gewölben unter dem Tempel der Yundee gegen ihn Gestalt gewannen. Im Bewusstsein der großen Macht dieser frömmlerischen Neider entschied eben, dass es wenig ratsam, ja schiere Tollheit wäre, sich ihnen auszuliefern. Also entbot er Tsathogwa ein knappes und dankerfülltes Lebewohl und packte ein wenig Brot, Fleisch und Wein zusammen, zog sich in sein Arbeitszimmer zurück und stieg auf das Schreibpult. So dann hob er das primitive Gemälde einer zychronotischen Landschaft an, zu der Tsathogwa den urzeitlichen, halbmenschlichen Künstler inspiriert hatte und stieß das dahinter verborgen gewesene Paneel auf. Und wirklich erkannte eben gleich auf den ersten Blick, dass Tsathogwa ein Gott war, der die Wahrheit liebte. Denn die Szene, die das aufgestoßene Paneel seinen Augen erschloss, hatte sich auch in die exotischsten Gefilde Mutulans oder einer anderen Erdgegend niemals gebührlich einfügen können. Was er sah, gefiel ihm gar nicht, doch blieb ihm keine Wahl, sofern er nicht eine Zelle im Ketzerverlies der Göttin Yonde vorzog. Und als er sich dann auch noch die verschiedenen ausgeklügelten und erlesen wirksamen Foltern vorstellte, die Morgi längst für ihn vorbereitet hatte, da setzte er mit einer Gelenkigkeit durch die Öffnung zum Planeten Zykranosch, die bei einem Hexenmeister in fortgeschrittenen Jahren fast schon nach magischer Verjüngung aussah. Ein einziger Schritt nur. Doch als Eben zurückschaute, erblickte er nicht mehr die geringste Spur von dem Paneel oder von seiner eigenen Wohnstadt. Er selbst stand auf dem ascheartigen Boden eines lange gestreckten Hanges, über den ein zäher Strom abwärts ran, der statt Wasser ein flüssiges Metall zu führen schien, das an Quecksilber erinnerte. Der Strom entsprang den gewaltigen, unbezwingbaren Schründen und Zacken der darüber aufragenden Gebirgshöhen und ergoss sich in einen bergumkränzten See von der gleichen Flüssigkeit. Auf dem Hang zu Ebens Füßen verliefen Reihen merkwürdiger Objekte. Er vermochte nicht zu entscheiden, ob es sich um Bäume, mineralische Gebilde oder tierische Organismen handelte, da sie bestimmte Merkmale aller drei Kategorien in sich zu vereinen schienen. Diese wieder natürliche Landschaft zeichnete sich in jeder Einzelheit erschreckend klar unter einem grünlich-schwarzen Himmel ab, den drei gigantische und hellstrahlende Planetenringe von Horizont zu Horizont umfingen. Die Luft war kalt, und Eben achtete nicht ihres schwefligen Gestanks, noch des eigentümlich stechenden Gefühls, das diese Luft in seinen Atemwegen und in seinen Lungen hervorrief. Und nach den ersten Schritten auf dem unansehnlichen Untergrund bemerkte er, dass dieser Boden die hinderliche Bröcklichkeit gebackener Asche aufwies, die vom Regen durchweicht und anschließend unter der Sonne getrocknet war. Er begann, Hang abwärts zu schreiten, wobei er halb und halb fürchtete, einige der zweifelhaften Objekte um ihn herum könnten ihre mineralischen Äste oder Arme ausstrecken, um ihn festzuhalten. Es schien sich bei den Gebilden um eine Art von purpurblauen Obsidian-Kakteen zu handeln, mit Gliedmaßen, die in furchterregende, krallenartige Dornen ausliefen, und mit Köpfen, die alles in allem zu komplex waren, um als Früchte oder Blüten gelten zu können. Sie rührten sich nicht, als er an ihnen vorbeikam, doch vernahm er ein schwaches und befremdliches Klingeln in vielerlei Tonlagen, das ihm auf seinem Abstieg vorausging und nachfolgte. Eben gewann den unbehaglichen Eindruck, dass die Gebilde sich untereinander verständigten und vielleicht darüber berieten, was sie mit ihm anstellen oder wie sie gegen ihn vorgehen sollten. Jedoch erreichte er glücklich und ungehindert den Fuß des Hanges, wo Terrassen und Treppen zerbröckelnden Basalt den tiefgelegenen See aus flüssigem Metall umsäumten, gleich einem gigantischen urzeitlichen Amphitheater. Unschlüssig, welche Richtung er nun einschlagen sollte, verharrte eben auf einer der Terrassenstufen. Seine Überlegungen wurden unterbrochen, als ihn plötzlich von der Seite ein Schatten streifte und sich wie ein monströser Fleck auf das bröselnde Gestein zu seinen Füßen legte. Unter diesem Schatten fühlte Eben sich nicht eben behaglich, denn er lief sämtlichen ästhetischen Normen schindlich zuwider und seine Verformtheit und Verzerrtheit waren geradezu aberwitzig. Eben wandte sich um, um zu sehen, welche Art von Lebewesen wohl solch einen Schatten warf. Das betreffende Geschöpf war nicht leicht einzuordnen, mit seinen grotesk kurzen Beinen, seinen unmäßig langen Armen und dem runden, schlafmützig anmutenden Haupt, das von dem kugelförmigen Rumpf herabhing, als schlüge sein Besitzerschlafwandeln Purzelbaum. Nachdem er das Wesen jedoch eine Zeit lang gemustert und ihm dessen pelziges Fell und schlaftrunkene Miene aufgefallen waren, begann er darin ein entfernt ähnliches von den Füßen auf den Kopf gestelltes Ebenbild des Gottes Zothaquas zu erkennen. Er erinnerte sich an Zothaquas Ankunft, dass die Gestalt, die der Gott sich auf dem Planeten Erde zugelegt, nicht ganz derjenigen entsprach, die er zuvor auf Zykranosch besessen hatte. Daher fragte sich eben, ob dieses Wesen wohl Zothaquas Sipschaft angehören mochte. Er versuchte, sich den fast unaussprechlichen Namen ins Gedächtnis zu rufen, den der Gott ihm als Kennwort anvertraut hatte. Im selben Moment begann der Verursacher des ungewöhnlichen Schattens, der die Gegenwart ebens offenbar gar nicht wahrnahm, die Terrassen und Simse zum See hinabzusteigen. Seine Fortbewegung erfolgte hauptsächlich mit Hilfe der Hände, denn die lachhaften Beinchen waren um die Hälfte zu kurz für die Höhe der Stufen, die er zu bewältigen hatte. So wie das Geschöpf am Ufer des Sees anlangte, schlürfte es das flüssige Metall in langen, tiefen Zügen. Dies allein genügte, um Eben von der Göttlichkeit des Wesens zu überzeugen, denn ganz gewiss wäre kein Angehöriger einer niederen biologischen Daseinsform imstande gewesen, seinen Durst mit solch ausgefallenem Trunk zu löschen. Nach erfolgter Labung stieg das Wesen wieder zu der Terrassenstufe empor, wo Eben noch immer stand, und schien ihn jetzt zum ersten Male wahrzunehmen. Eben war indessen endlich der absonderliche Name wieder eingefallen, nachdem er sein Gedächtnis durchforscht hatte. »Ziul Quigendah«, versuchte er seiner Zunge abzuringen. Fraglos entsprach das Ergebnis nicht ganz den auf Zykranosch geltenden Regeln, doch war es das Beste, was Eben mit seinen Sprechwerkzeugen zuwege brachte. Sein Zuhörer schien das Wort zu erkennen, denn er blickte aus seinen verkehrt herumsitzenden Augen etwas weniger schläfrig auf Eben als zuvor, und geruhte sogar etwas zu äußern, was wie ein Versuch klang, Ebens Aussprache zu berichtigen. Eben fragte sich, wie er es jemals fertigbringen sollte, eine solche Sprache zu erlernen, oder falls ihm dies gelänge, wie er sie jemals seiner Zunge gefügig machen sollte. Immerhin schöpfte er ein wenig Hoffnung aus der Erkenntnis, dass er überhaupt verstanden wurde. »Zothaquah«, sprach er und intonierte den Namen dreimal so bedeutungsschwanger, als wollte er den Gott selbst heraufbeschwören. Die bizarre Kreatur öffnete die Augen noch ein bisschen mehr und verbesserte ihn abermals, indem sie ihm das Wort Zothaquah unter einer nicht wiederzugebenden Verkürzung der Vokale und Dehnung der Konsonanten vorsprach. Anschließend stand sie eine Weile lang da und betrachtete Eben zweifelnd oder auch sinnend. Schließlich hob sie einen ihrer ellenlangen Arme vom Boden und deutete an der Uferlinie entlang auf die Mündung eines seichten Tals, die zwischen den Bergen erkennbar war. Dazu sprach sie langsam und deutlich die rätselhaften Worte Während der Hexer noch über die Bedeutung dieser ausgefallenen Silbenreihung grübelte, wandte sein Gegenüber sich von ihm ab und trat den Rückweg an, indem er über die oberen Basaltstufen zum Säuleneingang einer ziemlich geräumigen Höhle emporstieg, die Ebens Aufmerksamkeit bisher entgangen war. Kaum war das Geschöpf außer Sicht ins Dunkel der Höhle entschwunden, da hörte Eben sich unverhofft von dem Hohepriester Morgie angesprochen, der ihn anhand der Fußspuren in dem ascheartigen Boden mühelos aufgespürt hatte. »Schändlicher Zauberer! Schimpflicher Ketzer! Hiermit bist du festgenommen!« verkündete Morgie voll hohepriesterlicher Amtsgewalt. Eben war überrumpelt, ja bestürzt. Doch als er merkte, dass Morgie allein war, schwand sein Schrecken. Er zückte das Schwert aus feuergehärteter Bronze, das er mit sich führte, und setzte ein Grinsen auf. »Ich rate dir gut, deine Ausdrucksweise zu mäßigen, Morgie«, drohte er. »Auch ist deine Absicht, mich zu verhaften, jetzt ein wenig fehl am Platze, da wir zwei uns hier allein auf dem Planeten Zykranosch befinden. »Millionen und Abermillionen Kilometer von Mutulan und den Kerkern der Yundee entfernt!« Morgie schien diese Mitteilung nicht sehr zu behagen. Er machte eine finstere Miene und murrte. »Ich schätze, das ist wieder eines deiner nichtswürdigen Zauberkunststückchen.« Eben zog es vor, diese Unterstellung mit Nichtachtung zu strafen. »Ich habe mit einem der Götter von Zykranosch gesprochen«, verkündete er großspurig. »Der Gott, dessen Name Hsiulkoigem Saar lautet, hat mich mit einer Mission betraut, mit der Überbringung einer Botschaft, und er hat mir die Richtung gewiesen, wohin ich mich wenden soll. »Ich schlage vor, dass du von unserer kleinen irdischen Meinungsverschiedenheit ablässt und dich mir anschließt. Gewiss, wir könnten einander auch die Kehlen durchschneiden oder uns gegenseitig die Bäuche aufschlitzen, denn wir tragen beide Waffen. Doch unter den herrschenden Umständen glaube ich doch, dass du einsehen wirst, wie kindisch, ja überaus undienlich eine solche Vorgehensweise wäre. »Solange wir beide am Leben sind, können wir uns gegenseitig nützen und helfen in einer so fremdartigen Welt, deren Gefahren und Widrigkeiten, falls mich nicht alles täuscht, unserer vereinten Kräfte würdig sind.« Morgi behielt seine finstere Miene bei und dachte nach. »Also schön«, erwiderte er widerstrebend. »Ich mache mit. Aber sei dir darüber im Klaren, dass die Dinge ihren festgelegten Gang gehen müssen, sobald wir nach Mutulan zurückkehren.« »Dies«, versetzte eben, »ist eine Möglichkeit, an die keiner von uns beiden einen Gedanken zu verschwenden braucht. Machen wir uns auf den Weg?« Die beiden Hyperboreer folgten einem Hohlweg, der von dem See aus flüssige Metall fortlief und sich durch eine Berglandschaft schlängelte, deren Vegetation mit abnehmender Höhe immer dichter und vielfältiger wurde. Dies war das Tal, das dem Hexer von dem bizarren, zweibeinigen Geschöpf gewiesen worden war. Morgi, ganz der eingefleischte Inquisitor, löcherte eben mit Fragen. »Was war denn das für ein sonderbares Lebewesen, das in dieser Höhle verschwunden ist, unmittelbar bevor ich dich ansprach?« »Das war der Gott Siulquogim-Zah.« »Und wer bitte ist, dieser Gott? Ich muss gestehen, noch nie von ihm gehört zu haben.« »Er ist ein Ohrheim väterlicherseits von Sothakwa.« Daraufhin blieb Morgi stumm, abgesehen von einem eigenartigen Geräusch, das entweder ein abgewürgtes Niesen sein mochte oder ein Ausruf des Abscheus. Doch nach einer Weile fragte er, »Und worin besteht diese Mission, die dir aufgetragen wurde?« »Dies wird dir zu gegebener Zeit offenbart,« versetzte eben Erhaben. »Es ist mir gegenwärtig nicht erlaubt, darüber zu reden. Ich bin mit einer Botschaft des Gottes betraut und nicht befugt, sie anderen Personen als den rechtmäßigen Empfängern auszurichten.« Morgi war wider Willen beeindruckt. »Nun gut, ich nehme an, du weißt, was du tust und wohin du uns führst. Kannst du mir irgendeinen Hinweis auf unser Ziel geben?« Auch dieses wird zu gegebener Zeit offenbart werden. Die Berge liefen sanft in eine dicht bewaldete Ebene aus, deren Flora irdische Botaniker zur Verzweiflung getrieben hätte. Hinter der letzten Anhöhe gelangten Eben und Morgi an eine schmale Straße, die urplötzlich begann und sich in die Ferne hinzog. Eben folgte dieser Straße ohne zu zögern. Es gab in Wahrheit auch kaum eine andere Möglichkeit, denn das Dickicht aus mineralischen Pflanzen und Bäumen wurde sehr bald unwegsam. Diese Gewächse säumten den Pfad mit gezähnten Ästen, die gebündelten Nadeln und Dolchen, Schwertklingen und Pfeilen glichen. Eben und Morgi bemerkten bald, dass die Straße zahlreiche große Fußspuren aufwies, jeder Abdruck kreisrund geformt und umgrenzt von den Abdrücken langer Krallen. Doch keiner der beiden unfreiwilligen Gefährten teilte dem anderen sein Unbehagen mit. Die Reisenden waren bereits ein oder zwei Stunden lang auf dem nachgiebigen, aschigen Weg voranmarschiert, inmitten jener Vegetation, die grässlicher denn je mit Spitzen und Klingen bewährt war, als ihre leeren Mägen sich meldeten. Morgi hatte in seiner Eile Eben zu verhaften das Frühstück ausgelassen, und Eben hatte in seiner Hast, Morgi zu entkommen, ebenfalls seine Morgenmahlzeit geopfert. Sie machten am Wegesrand Halt, und der Hexer teilte seinen Proviant an Essbarem und Wein mit dem Priester. Sie aßen und tranken jedoch sparsam, da der Vorrat begrenzt war und die landschaftliche Umgebung nicht den Eindruck erweckte, als brächte sie Nahrungsmittel hervor, die zur Kost für Menschen taugten. Durch die bescheidene Erfrischung von neuer Kraft und neuem Mut erfüllt, setzten sie ihre Reise fort. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie ein staunenswertes Ungeheuer einholten, das augenscheinlich der Urheber der zahlreichen Fußstapfen war. Das gepanzerte Hinterteil in Richtung der Reisenden gekehrt, hockte es mitten auf der Straße und versperrte mit seiner Masse eine unabsehbare Wegstrecke. Die beiden Herankommenden konnten erkennen, dass das Untier eine Vielzahl kurzer Beine besaß, doch vermochten sie keinerlei Eindruck davon zu gewinnen, wie sein Kopf und seine Vorderseite beschaffen waren. Eben und Morgi waren äußerst bestürzt. »Ist das wieder einer von deinen Göttern?«, stichelte Morgi. Der Hexer antwortete nicht, doch war ihm bewusst, dass er einen Ruf zu verteidigen hatte. Er trat mutig vor und donnerte so machtvoll, wie er nur konnte, »Sie ulk woigem sah!« Zugleich zückte er sein Schwert und bohrte die Spitze zwischen zwei Platten des Hornpanzers, der den Hinterleib des Monsters bedeckte. Zu seiner großen Erleichterung begann das Vieh sich zu rühren und trottete weiter über die Straße voran. Die Hyperborea folgten ihm, und wann immer die Kreatur ihr Tempo verminderte, wandte eben erneut das Mittel an, das sich als so wirkungsvoll erwiesen hatte. Morgi konnte nicht umhin, ihn mit einer gewissen Ehrfurcht zu betrachten. In dieser Weise setzten sie ihre Wanderung mehrere Stunden lang fort. Die drei großen strahlenden Ringe überspannten noch immer den Zenit, doch hatte inzwischen eine sonderbar kleine, kühle Sonne die Ringe auf ihrer Abwärtsbahn gekreuzt und neigte sich weiter dem westlichen Horizont von Zykranosch entgegen. Noch immer säumte der Wald die Straße gleich einer hohen Mauer aus scharfschneidigem metallischem Laub, doch zweigten jetzt weitere Straßen, Wege und Seitenpfade von jenem ab, den das Monster verfolgte. Alles war still, abgesehen von dem vielfüßigen Schlurfen dieses unförmigen Viehs. Weder Eben noch Morgi hatten seit vielen Kilometern eine Silbe gesprochen. Der hohe Priester bereute mehr und mehr die Übereilung, mit der er Eben durch das Paneel gefolgt war, und Eben wünschte sich, dass Zothakwa ihm zum Eintritt in eine anders beschaffene Welt verholfen hätte. Aus solchen Betrachtungen wurden die beiden vom Gezeter tief dröhnender Stimmen gerissen, das plötzlich von irgendwoher vor dem Monster erscholl. Es handelte sich um einen wahren Höllenlärm aus nichtmenschlichem, heiserem Gebälfer und Gebläff. Die Tonlage klang irgendwie nach scharfer Zurechtweisung und Tadel, gleich wütenden Trommelschlägen, als würde das Monster von einer Schar unvorstellbarer Wesenheiten gemaßregelt. »Und was weißt du dazu zu sagen?«, fragte Morgi. »Alles, was uns zu erschauen bestimmt ist, wird sich zu gegebener Zeit offenbaren,« beschied ihm Eben. Der Wald wurde zusehends lichter, und das Bälfern der Zetern und Zanken wurde mit schwindender Entfernung immer lauter. Indem sie der Rückansicht ihres vierbeinigen Führers weiterhin folgten, der nur noch mit widerstrebender Langsamkeit vorwärts schlurfte, gelangten die Reisenden auf einen freien Platz hinaus, wo sich ihren Blicken ein nahezu einzigartiges Schauspiel darbot. Das Untier, das offenkundig von zahmer und harmloser, ja törichter Natur war, kauerte vor einer Traube von Geschöpfen, deren Größe die von Menschen nicht übertraf und deren Bewaffnung lediglich in langen, stachelgespickten Stäben bestand. Obwohl diese Organismen auf zwei Beinen liefen und hinsichtlich ihrer Körperbauweise nicht dermaßen ohne Beispiel waren wie das Wesen, das Eben beim See angetroffen hatte, wirkten sie doch hinreichend ausgefallen. Ihre Anatomie wies eine Verschmelzung von Kopf und Rumpf auf, wobei Ohren, Augen, Nase, Mund und gewisse weitere Organe von zweifelhafter Bestimmung in eigenwilliger Anordnung auf Brust und Unterleib saßen. Die Wesen waren splitternackt, ziemlich dunkelhäutig und am ganzen Leib vollkommen unbehaart. Hinter ihnen erhoben sich in geringer Entfernung zahlreiche Gebäude, deren Konstruktion menschlichen Vorstellungen von architektonischem Ebenmaß einigermaßen zuwiderlief. Eben schritt ihnen beherzt entgegen, und Morgie folgte ihm unauffällig. Die Rumpfköpfigen stellten ihr Geschimpfe gegen das unterwürfige Monster ein und beäugten die Erdenbewohner mit Minen, in denen sich wegen der eigentümlichen und verwirrenden Konstellation ihrer Gesichter nur schwer lesen ließ. »Ziel quoigem sa! Zothaqua!«, sprach Eben in feierlich orakelhaftem Tonfall. Nach einer bedeutungsschwer ausgedehnten Pause setzte er hinzu »Iquid losch ot klonk!« Das Resultat war in der Tat zufriedenstellend und nicht weniger als man sogar von einer solch außergewöhnlichen Formel mit Fug und Recht erwarten durfte, denn die zykranotheischen Geschöpfe ließen ihre Stäbe fallen und verneigten sich vor dem Hexer, bis die Gesichter auf ihren Oberkörpern beinahe den Boden berührten. »Ich habe meine Mission erfüllt!« »Ich habe die Botschaft, die Ziel quoigem sa! mir auftrug, überbracht!«, sprach Eben zu Morgie. Kapitel 4 Mehrere zykranotheische Monate langweilten die beiden Hyperborea als geehrte Gäste bei dem ebenso drolligen wie biederen Volk, das sich selbst die Blemphroim nannte. Eben besaß eine große Sprachbegabung und überflügelte Morgie beim Erlernen des lokalen Idioms mühelos. Sein Wissen über Bräuche, Sitten, Anschauungen und Glaubensvorstellungen der Blemphroim gewann bald einen beachtlichen Umfang, doch empfand er es nicht nur als einen Quell der Erleuchtung, sondern ebenso der Ernüchterung. Das gepanzerte Monster, das er und Morgie so mannhaft vor sich hergetrieben hatten, war, so erfuhr er, ein zahmes Lasttier der Blemphroim. Es war seinen Besitzern in der Wildnis, die an Flore die Hauptstadt dieses Volkes grenzte, entlaufen und hatte sich dort inmitten der mineralischen Vegetation verirrt. Die Verbeugungen, mit denen man Eben und Morgie empfangen hatte, waren entgegen Ebens anfänglicher Meinung lediglich ein Ausdruck des Dankes für die sichere Rückbegleitung des Tieres gewesen und nicht etwa ein Kniefall vor den göttlichen Namen, die er auf den Lippen geführt hatte, oder der furchterweckenden Formel Iquidlosch-Otklonk. Bei dem Wesen, das Eben am See angetroffen hatte, handelte es sich tatsächlich um den Gott Silquoigensar, und auch Zothaqua fand dunkle überlieferte Erwähnung in einigen frühen Mythen der Blemphroim. Doch leider war dieses Volk überaus materialistisch eingestellt und hatte längst aufgehört, zu den Göttern zu beten und ihnen Opfer dazubringen, wenn es auch mit distanziertem Respekt von ihnen sprach und die Götter niemals lästerte. Eben brachte in Erfahrung, dass die Worte Iquidlosch-Otklonk ganz zweifellos aus einer den Göttern eigenen Sprache stammten, die von den Blemphroim nicht mehr verstanden wurde. Doch die Jüdem, eines der Nachbarvölker, erlernten und lehrten diese Sprache noch immer, weil sie Siulquoigensar und verschiedene verwandte Götter weiterhin auf die alte kultische Art verehrten. Die Blemphroim waren ein ausschließlich praktisch veranlagtes Volk und interessierten sich nur wenig anderes als den Anbau zahlreicher Sorten von essbaren Pilzen, der Züchtung und Haltung riesiger, mannigfüßiger Nutztiere und der Fortpflanzung ihrer eigenen Art. Letzterer Vorgang entsprach, wie Eben und Morgie erfuhren, nicht ganz dem Gewohnten. Zwar waren die Blemphroim von Natur aus bisexuell, doch oblag in jeder Generation nur ein einziges Weibchen der Pflicht zur Fortpflanzung. Die dazu ausersehende Blemphroimfrau wurde, nachdem sie dank einer aus einem speziellen Pilz bereiteten Nahrung zu gewaltiger Größe herangewachsen war, zur Mutter der gesamten nächsten Generation. Sobald sie mit dem Leben und den Sitten von Vlor genügend vertraut waren, wurde den Hyperboreern die Gunst zuteil, vor die künftige Stammesmutter zu treten. Sie wurde Didien-Quom genannt und hatte nun nach Jahren der systematischen Mestung die erforderlichen Ausmaße erlangt. Sie lebte in einem Gebäude, das aus naheliegenden Gründen größer war als jeder der übrigen Bauten in Vlor, und ihre einzige Beschäftigung bestand im Verzehr ungeheurer Essensmengen. Der Hexer und der Inquisitor waren beeindruckt, wenn auch keineswegs betört von dem gebirgsgleichen Umfang ihrer Reize und von deren äußerst eigenwilliger Anordnung. Am Ende bedeutete man ihnen, dass der männliche Elternteil bzw. die männlichen Elternteile der nächsten Generation noch nicht auserwählt worden waren. Dass die Hyperboreer Köpfe besaßen, die sich vermittels eines Halses vom Rumpf absetzten, schien sie in den Augen ihrer Gastgeber zu Objekten beträchtlichen biologischen Interesses zu erheben. Die Blemphroim, so hieß es, waren nicht immer ohne Kopf gewesen. Vielmehr hätten sie ihre gegenwärtige Leibesgestalt im Laufe eines allmählichen evolutionären Prozesses erlangt, wobei der separate Kopf des ursprünglichen Blemphroim in unmerklichen Schritten mit dem Rumpf verschmolz. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Völkern betrachteten die Blemphroim ihr derzeitiges Entwicklungsstadium nicht mit uneingeschränktem Selbst gefallen. Ihre einstigen Köpfe zu entbehren war sogar der Ursprung nationalen Kummers. Die Einsparung, welche die Natur in dieser Hinsicht vorgenommen hatte, wurde allgemein beklagt. Und so hatte die Ankunft von Eben und Morghi, die als vollkommene Exemplare der evolutionären Schädelentwicklung galten, dazu beigetragen, diesen Schmerz der Blemphroim über ihr genetisches Defizit wieder aufleben zu lassen. Was den Hexer und den Hexenjäger selbst anging, so empfanden die beiden ihr Dasein unter den Blemphroim, nachdem der Reiz des Exotischen verflogen war, als reichlich eintönig und fad. Zum einen bot das Essen wenig Abwechslung, diese endlose Folge von rohen und gekochten und gebratenen Pilzen, die nur in großen Abständen von Gerichten aus dem rohen, wabbeligen, fleischzahmer Monster unterbrochen wurde. Auch schienen ihre Gastgeber, obschon stets höflich und respektvoll, nicht allzu sehr von Ehrfurcht erfüllt durch die zur Schaustellung hyperboreischer Zauberkünste, mit denen Eben und Morgie sie beglückten. Morgie musste hinnehmen, dass ihr beklagenswerter Mangel religiöser Inbrunst sämtliche Missionierungsversuche zu einer wenig dankbaren Aufgabe machte. Und schließlich waren die Blemphroim wegen ihrer grundsätzlichen Fantasiearmut noch nicht einmal gebührend beeindruckt von der Tatsache, dass ihre Besucher aus einer fernen ultrazykranotheischen Welt zu ihnen gekommen waren. »Ich glaube«, sagte Eben eines Tages zu Morgie, »dass der Gott einer bedauerlichen Fehleinschätzung unterlag, als er geruhte, diesen Leuten eine Botschaft zukommen zu lassen.« Nicht lange nach diesem Stoßseufzer machte eine vielköpfige Abordnung von Blemphroiman Eben und Morgie ihre Aufwartung. Die Delegation setzte die beiden darüber in Kenntnis, dass man sie nach eingehender Beratung als die Väter der nächsten Generation ausersehen habe und unverzüglich mit der Stammesmutter vermählen werde. Dies geschehe in der Hoffnung, dass der Vereinigung ein wieder mit Häuptern reich gesegnetes Geschlecht von Blemphroiman entsprieße. Eben und Morgie waren restlos überwältigt von der ihnen angetragenen Ehre, der Erbgutaufwertung zu dienen. Bei dem Gedanken an das gebirgsgleiche weibliche Geschöpf, das sie erblickt hatten, war Morgie geneigt, sich seiner priesterlichen Keuschheitsgelübde zu entsinnen, und Eben konnte es kaum abwarten, seinerseits vergleichbare Gelübde abzulegen. Den Inquisitor übermannte es sogar derartig, dass es selbst ihm beinahe die Sprache verschlug. Der Hexer hingegen versuchte mit ungewöhnlicher Geistesgegenwart Zeit zu gewinnen, indem er einige Fragen aufwarf bezüglich der rechtlichen und sozialen Stellung derer Morgie und er selbst sich als Gatten der Dienquom würden erfreuen können, und die naiven Blemphroim eröffneten ihm, dass dieser Frage allenfalls eine zeitlich eng begrenzte Bedeutung zukäme, da nämlich die Gatten nach der Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten traditionell in Form von Raguus und sonstige Erzeugnisse des Herdes und des Kochtopfs an die Stammesmutter verfüttert wurden. Die Hyperborea versuchten vor ihren Gastgebern den Mangel an Vorfreude geheim zu halten, mit dem sie beide der ihnen zugedachten Ehrung in all ihren Stadien entgegensahen. Eben, jetzt wie stets ein Meister der Diplomatie, ging sogar soweit, die Ehrung in seinem eigenen Namen wie auch im Namen seines Gefährten in aller Form anzunehmen. Erst als die Delegation der Blemphroimer sich verabschiedet hatte, sagte er zu Morgie, Mehr denn je bin ich davon überzeugt, dass der Gott einer Fehleinschätzung unterlag. Wir müssen die Stadt Vlor schnellstmöglich verlassen und unsere Reise fortsetzen, bis wir ein Volk finden, das der Botschaft des Gottes würdiger ist. Offenbar war es den arglosen und patriotischen Blemphroim keinen Augenblick lang in den Sinn gekommen, dass die Zeugung des nächsten Wurfs an Stammeskindern ein Vorrecht war, dass zu verschmähen irgendjemand sich auch nur im Traum einfallen ließe. Eben und Morgie wurden keiner Art von Zwang oder Beschränkung unterworfen, ihre Bewegungen noch nicht einmal überwacht. Es war ein leichtes, das Haus, in dem sie untergebracht waren, zu verlassen, während die rumpelnden Schnarchlaute ihrer Gastgeber zu dem großen Ring der Zykranotheischen Monde aufstiegen, um eilig der Überlandstraße zu folgen, die aus Vlor ins Reich der Jedem führte. Die Straße vor ihnen war gut sichtbar abgesteckt, und der Schein der Planetenringe war fast so klar und hell wie der lichte Mittag. Die beiden wanderten eine weite Strecke durch die abwechslungsreiche und einzigartige Landschaft, die sich in diesem Schein ausdehnte, ehe ihre Flucht bei Sonnenaufgang von den Blemphroim entdeckt werden musste. Es ist denkbar, dass diese redlichen Zweibeiner vom Verlust ihrer Gäste, die sie als künftige Stammesväter erwählt hatten, viel zu verblüfft und getroffen waren, um eine Verfolgung auch nur zu erwägen. Das Land der Jedem war, wie bei früherer Gelegenheit von den Blemphroim angedeutet, viele Wegstunden entfernt, und dazwischen lagen Wüsten aus Asche, Ebenen voller mineralischer Kakteen, dichte Pilzwälder und himmelhohe Gebirge. Die beiden Reisenden ließen das Land der Blemphroim, dessen Grenze von einem plumpen Standbild der Stammesmutter am Wegesrand markiert wurde, noch vor Anbruch der Morgendämmerung hinter sich. Im Laufe des neuen Tages kamen die Wanderer durch die Heimatgebiete von mehr als einer jener außergewöhnlichen Rassen, die das Bevölkerungsbild des Saturns so überaus abwechslungsreich machen. Sie bekamen die Gibi zu Gesicht, jenes flügellose Vogelvolk, dessen Angehörige Jahre hintereinander ohne Unterbrechung gleich Säulenheiligen einsam auf ihren jeweiligen Dolomitsitzen hocken und über den Kosmos nachsinnen, wobei sie einander in langen Abständen die rätselhaften Silben Jupp, Jipp und Jupp zu werfen, von denen es heißt, dass sie eine unermessliche Spanne tiefgründiger esoterischer Gedanken zum Ausdruck bringen. Und sie begegneten jenen irrwischartigen Zwergwesen, den Effix, die in den ausgehöhlten Stilen großer Pilze wohnen und sich ständig neue Behausungen suchen müssen, weil die Alten binnen weniger Tage zu Staub zerfallen. Die beiden hörten auch das unterirdische Gekrächt der Glongs, jenes Geheimnis umwobenen Volkes, das nicht nur das Sonnenlicht fürchtet, sondern ebenso den nächtlichen Schein der Planetenringe und das noch niemals von irgendeinem der Oberflächenbewohner gesichtet worden war. Dennoch hatten Eben und Morgi bei Sonnenuntergang die Gebiete sämtlicher der oben erwähnten Völkerschaften durchquert und sogar die ersten Erhebungen jenes Gebirges erklommen, das die beiden Reisenden noch immer vom Land der Jiedem schied. Hier auf einem geschützt liegenden Felsvorsprung nötigte ihre Erschöpfung, sie den Aufstieg zu unterbrechen. Und jetzt, da sie inzwischen keine Verfolgung durch die Blemphruim mehr fürchteten, nahmen sie ein karges Mahl aus rohen Pilzen zu sich, krochen zum Schutz vor der kalten Nachtluft tief in ihre Mäntel und schliefen ein. Doch ihr Schlummer war unruhig. Eine Folge kakodämonischer Träume suchte sie heim, in denen die beiden glaubten, die Blemphruim hätten sie wieder eingefangen und zwängen sie nun die Dienquum zu ehelichen. Kurz vor Tagesanbruch erwachten sie aus Visionen, deren Einzelheiten erschreckend lebhaft waren und fühlten sich geradezu erleichtert, die beschwerliche Bergbesteigung wieder aufnehmen zu können. Die Felswände und Steilhänge, die über ihnen aufragten, waren so abschreckend, dass sie jeden anderen Reisenden, der von geringerer Kühnheit beseelt war oder von weniger begreiflichen Ängsten angetrieben hätten, verzagen lassen. Die großen Pilzwälder schrumpften binnen kurzem zu einer kümmerlichen Vegetation, und bald blieben nur noch Gewächse übrig, die kaum größer waren als Flechten, und in noch größerer Höhe folgte nichts mehr außer schwarzem, nacktem Felsgestein. Dem drahtigen, hageren Eben setzte die Kletterei nicht übermäßig zu. Morgi jedoch geriet dank seiner priesterlichen Leibesfülle und Feistheit schon bald außer Atem. Jedes Mal, wenn er innehielt, um Luft zu schöpfen, mahnte ihn Eben, denk an die Stammesmutter, woraufhin Morgi den nächsten Hang so flink erklomm wie ein leichtfüßiges, wenn auch wenig asthmatisches Bergschaf. Um die Mittagszeit erreichten sie einen von Felszähnen flankierten Bergpass, aus dessen Höhe das Land der Jiedem sich vor ihren Blicken ausdehnte. Sie überschauten ein weites, fruchtbares Gebiet mit Wäldern aus Mammutpilzen und sonstigen Talophyten, die hinsichtlich ihrer Größe und Anzahl alles andere dieser Art weit übertrafen, das den beiden auf ihrer bisherigen Wanderschaft vor Augen gekommen war. Sogar die Berghänge waren auf dieser Seite üppiger bewachsen, denn Eben und Morgi waren noch nicht lange bergab gestiegen, als sie in einen Hain aus baumhohen Bovisten und Giftpilzen eintauchten. Sie bestaunten Eben die Größe und Mannigfaltigkeit dieser Gewächse, als sie aus den Bergen über ihnen ein donnerndes Getöse vernahmen. Ein Rumpeln kam rasch näher und erweckte unterwegs noch lauteres Donnergrollen. Eben hätte jetzt wohl zu Tothaqua gebetet und Morgi gerne zu seiner Göttin Jundee gefläht, doch leider reichte die Zeit dafür nicht mehr aus. Die beiden verschwanden unter einer Riesenwoge kullernder Knollengewächse und abknickender Giftpilze, die von der in den Berghöhen ausgelösten Felslawine erfasst worden waren, und fortgerissen mit wachsender Gewalt in schwindelndem Tempo, mit Tumult und Getöse gefangen in einer immer weiter anschwellenden Schwämme aus zermalmten Pilzen, vollendeten sie ihren Aufstieg aus den Bergen in weniger als einer einzigen Minute. Kapitel 5 Während sie sich aus dem sie umgebenden Brei aus Pilzen und Knollenbrocken frei zu kämpfen versuchten, bemerkten Eben und Morgi, dass noch immer reger Tumult herrschte, obwohl die Lawine inzwischen zum Stillstand gekommen war. In dem Haufen rührte sich noch weiteres als nur sie selbst. So wie sie ihre Hälse und Schultern hervorgezwängt hatten, erkannten die beiden, dass das Gewoge von einigen Individuen verursacht wurde, die sich von ihren vormaligen Gastgebern, den Blemphruim, allein durch den Besitz von ansatzweise ausgebildeten Köpfen unterschieden. Diese Kreaturen gehörten zum Volk der Jiedem, und eine ihrer Ansiedlungen war soeben von der Lawine überrollt worden. Allmählich tauchten aus dem Geröll und der Masse zermahlener Pilze Dächer und Türme auf. Direkt vor den Hyperboreern ragte ein großes tempelartiges Gebäude empor, aus dessen verschütteter Pforte sich eine Anzahl der Jiedem ans Tageslicht wühlte. Kaum wurden sie Ebens und Morgies ansichtig, unterbrachen sie ihre Arbeit. Der Hexer, der inzwischen aus den Lawinenresten hervorgekochen war und sich vergewissert hatte, dass seine Knochen heil und seine Glieder gebrauchsfähig geblieben waren, ergriff nun die Gelegenheit, das Wort an die Jiedem zu richten. »Schenkt mir Gehör«, rief er gewichtig. »Ich bin gekommen, um euch eine Botschaft des Gottes Siulgwoygem Saar zu überbringen. Um diesen Auftrag getreulich auszuführen, habe ich einen weiten Weg voller Beschwernisse und Gefahren auf mich genommen. In der eigenen erlauchten Sprache des Gottes lautet seine Botschaft »Lkwydlosch otklonk«. Da eben im Dialekt der Blemphroim sprach, der sich geringfügig von dem der Jiedem unterschied, ist es fraglich, ob seine Zuhörer den ersten Teil seiner Rede restlos verstanden. Doch Siulgwoygem Saar war ihr Schutzgott, und sie verstanden die Sprache der Götter. Beim Klang der Worte »Lkwydlosch otklonk«, brach die allgemeine Betriebsamkeit erneut aus, nur sehr viel reger als zuvor. Die Jiedem rannten geschäftig hin und her, guturale Kommandos wurden laut, und noch mehr Köpfe und Körperglieder schälten sich aus den Lawinenresten. Jene, die sich aus dem Tempel gearbeitet hatten, eilten wieder hinein und tauchten augenblicklich erneut auf. Sie schleppten ein großes Standbild des Gottes Siulgwoygem Saar, außerdem Abbilder geringerer, aber verwandter Götter und eine sehr altwirkende Kultfigur, der sowohl Eben als auch Morgie eine gewisse Ähnlichkeit mit Zothakwa anmerkten. Andere Jiedem bargen Hausrat und Möbel aus ihren Wohnstätten. Sie bedeuteten den Hyperboreern, sich ihnen anzuschließen, und schon begann die gesamte Einwohnerschaft, die Ansiedlung zu räumen. Eben und Morgie standen vor einem absoluten Rätsel. Erst später, nach der Errichtung einer neuen Ansiedelung auf der pilzbewaldeten Ebene, die sie nach einem Tagesmarsch erreichten und nachdem die beiden Hyperboreer priesterliche Ämter im neu erbauten Tempel bekleideten, sollten sie den Grund der Massenflucht erfahren, sowie die Bedeutung der Worte Iquidlosch otklonk. Sie bedeuteten lediglich Weichet von Hinnen. Der Gott hatte sie als eine Verabschiedung an Eben gerichtet. Doch die zufällig im passenden Moment abgehende Lawine, verbunden mit dem zeitgleichen Auftauchen Ebens und Morgies samt dieser vermeintlichen Botschaft des Gottes, war von den Jiedem als höherer Befehl aufgefasst worden, ihre zerstörte Heimatsiedlung zu verlassen und sich mit ihrer gesamten Habe an einem anderen Ort anzusiedeln. Auf diese Weise kam es zum Massenauszug der Jiedem unter Mitführung ihrer Götterfiguren und ihres beweglichen Besitzes. Die neue Siedlung wurde glumpfgetauft, zum Gedenken an ihre von der Lawine verschlungenen Vorgängerin. Hier lebten Eben und Morgie für den Rest ihrer Tage in höchstem Ansehen. Ihr Eintreffen mit der Botschaft, die Kui, Dlosch und Klonk, galt als glückliche Fügung, da das wiedererstandene Glumpf aufgrund seiner neuen, gebirgsfernen Lage fortan vor Lawinen sicher war. Die Hyperborea hatten Anteil an der Zunahme des allgemeinen Wohlstands und Wohlergehens, die aus dieser Sicherheit entsprossen. Eine Stammesmutter war bei den Jiedem, die sich auf weitaus gewöhnlichere Weise fortpflanzten als die Blemphro ihm unbekannt, sodass das Dasein alles in allem unbedroht und beschaulich verlief. Zumindest Eben war ganz in seinem Element, denn dank der von ihm überbrachten Kunde von Zothakwa, der in diesem Teil von Zykranos noch immer in göttlichen Ehren gehalten wurde, hatte er eine Art minderen Prophetenstatus erlangt, ganz abgesehen von dem Aussehen, das er als Überbringer der Gottesbotschaft und als Gründer der neuen Siedlung Glumpf ohnehin genoss. Demgegenüber war Morgie nicht vollkommen glücklich. Ob schon die Jiedem gottesfürchtig waren, trieben sie ihren frommen Eifer nicht bis zur Bigotterie und Intoleranz. Daher war es nicht möglich, bei ihnen eine Art von Inquisition ins Leben zu rufen. Doch existierten hierfür durchaus Tröstungen. Der Pilzwein der Jiedem war berauschend, wenn auch von üblem Geschmack, und es gab auch so etwas wie Frauen, jedenfalls wenn man keine allzu hohen Ansprüche stellte. Infolgedessen legten Morgie sie und Eben sich eine priesterliche Lebensweise zu, die nicht gar so sehr von den Gewohnheiten der Geistlichkeit abwich, die in Mutulan oder an jedem anderen Ort ihres Herkunftsplaneten vorherrschten. Der Gestalt waren die mannigfachen Abenteuer, und der Gestalt war das letztendliche Los dieses gefürchteten Gespanns auf dem Planeten Zykranosch. Doch in Ebens Turm auf schwarzem Gneis auf jener Landspitze des nördlichen Meeres in Mutulan warteten Morgies Schergen noch viele Tage lang, da sie weder dem Hohepriester durch das magische Panel folgen mochten, noch es wagten unter Missachtung seiner Befehle von der Stelle zu weichen. Am Ende wurden sie durch eine Sondererlaubnis des Oberpriesters, der zu Morgies einstweiligem Nachfolger berufen worden war, von ihrem Posten zurückbeordert. Doch konnten die Folgen der ganzen Affäre aus Sicht der Priesterschaft, der Göttin Yundee, nur als höchst beklagenswert bezeichnet werden. Allgemein glaubte man eben, wäre Vermögens der machtvollen Magie entkommen, die Zothakwa ihn gelehrt hatte, und nicht wenige waren sogar überzeugt, dass Morgie sich an Ebens Seite aus dem Staub gemacht hätte. Infolge dieser weit verbreiteten Sichtweise verlor während des letzten Jahrhunderts vor dem Anbruch der großen Eiszeit der Glaube an Yundee seine Macht, und der dunkle Zothakwa-Kult erwachte ihn ganz mutulan zu neuem Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020